herzlich willkommen zurück zu happy wheels ja wir sind immer noch bei diesem level mit dem gorilla und ich habe das gefühl dass wir in einem partner immer nur ein level schaffen kann das sein egal auf jeden fall wenn ich das jetzt nicht schafft dann gehen wir gleich ins nächste level jetzt bin ich aber ein bisschen vorsichtiger oder auch nicht so ich glaube wir haben in einem part echt immer nur ein level geschafft kann sein gut was extrem hier dann nehmen wir natürlich unseren mr siegway oder wort er war bis wir loslassen ich glaube schon verpiss dich tut er muss lass mich rein nein nein du nicht rein du nicht rein Mist okay egal ich glaube es ist eher ein schulbus oder aber bei dem level wo man sich immer festhalten muss reißen immer die arme ab ja genau so egal wir halten einfach unseren anderen arm fest und unser bein wenn es geht leben wir ich glaube wir leben noch oder eigentlich schon ja lass das bike los nicht raus nicht raus nein nein wir haben keine arme mehr jetzt muss ich mich irgendwie so drücken bitte ja wir haben es überlebt was infiltration aha okay dann nehmen wir mal wenn hat mir denn nehmen wir mal den hier den hat mir glaube ich auch noch nie bis jetzt hört sich aber immer so an wie eine achterbahn oder so oh fuck god da komm setz dich rein ich bin ich bin ich bin ich bring dich mit ich nehme dich mit ok dann muss er er zu fuß gehen hä wohin jetzt denn ich glaube wir fallen gleich ra uh wow alter geht gleich nochmal Mann, aber der fährt... Der kann auch übel schnell fahren, irgendwie. Okay, ich warte langsam. Achtung, nicht gegen... Nein! Ja, so warte ich es nicht. Egal. Okay, jetzt bin ich ein bisschen vorsichtiger. Oh ja. Da kann man auch rein irgendwo, glaube ich, oder? Okay, wo ist jetzt dieses... Nein! Okay. Okay. Okay, wo ist jetzt der Jetpack? Hallo, Jetty? Oh nein, da ist er. Fuck, der schießt doch. Fuck. Mist, ja, wir leben noch. Jetzt schnell, bevor das nächste... Oh nein, oh nein! Ja, wir haben es überlebt. Unser Arm fliegt da oben noch. Mr. Schaifun. Was ist da? Oh fucker, no. Okay, Mr. Fuck Shainu. Boost. Mist. We did it! We are heroes! Nein, nur ich bin ein Hero. Du nicht. Du bist ein Loser. Du Loser. It keeps happening. Da nehmen wir wieder Bitchfather. Ich glaube, ich nenne ihn jetzt einfach immer Bitchfather. Ist der Beste. Whoa, whoa, whoa. What? Was ist das? Oh fuck. Damn it. Ja, toll. Wie soll man das denn bitte schön überleben? Vielleicht, wenn ich ganz langsam runterfahre? Ich glaube, es bringt auch nicht... Oh nein, es bringt gar nichts. Ich glaube, wir nehmen mal... Wen nehmen wir denn? Nehmen wir mal Mr. Pogo. Wenn wir uns runterrauben. Aber ich glaube, da bricht er sich auch gleich, das Genick. Ja. Oh, da sieht man noch die Wirbelsäule. Und? Komm schon. Fall runter. Ne, dann nicht. Okay, dann... Ach, da oben ist das Ziel. Jetzt mich verarschen. Wenn es da echt ist. Ne. Was? Das ist echt da? Okay, aber das will ich jetzt mal schauen, was da unten ist. Und dafür nehmen wir den hier. Ich glaube, der passt da ganz gut. Aber der bricht sich auch gleich die Arme und Beine, glaube ich. Oh nein, oh nein, bitte brech nicht die Arme, bitte. Ich mag schauen, was da... Okay, wir sind schon ziemlich weit. Oh nein, oh nein. Was passiert jetzt? Jetzt werden wir wahrscheinlich wieder ganz nach oben katapultiert zum Ziel hin wetten. Oder auch nicht. Okay, dann noch einmal Change Character. Pogo Man. Ich glaube, man kann... Es gibt nur dieses Ziel hier, oder? Ja. Warte, wenn ich mal so... Und dann... Achtung, warte, ich mag... Springen. Okay, das geht auch nicht gut. Okay, dann... Mal schauen, nur 4,16 Sekunden. 2,73 Sekunden. 1,53 Sekunden. Fakt, das war Fail. 3,23 Sekunden. Ja, und das war's dann auch schon wieder mit diesem Part. Bis zum nächsten. Tschüssi. 2,35 Sekunden. 6,8 Sekunden. 5,19 Sekunden. 5,2 Sekunden. 7,今回 ist ja clockpot Discovery. 6,5 Sekunden.